Aber ohne Zahl, Majestät, ich würde vorschlagen, wir lassen die Athleten der Reihe nach einziehen. Da wäre zum Beispiel die Sportart Judo mit der dreifachen Europameisterin im Judo Sabrina Filzmoser. Hey, sag mir, was kannst denn du? Pass einmal auf, pass auf, ich kann Kung-Fu. Eine Frau im Pyjama, mit der du mir am liebsten... ...mach mal eine Pyjama-Parte. Also, was ist sie genau so schnell? Man steht sechsfache Militärweltmeisterin und dreifache Europameisterin. Die sechsfache Militärweltmeisterin.